Wir haben auf Lucky seinem YouTube-Kanal die ersten coolen Videos hochgeladen. Klick dazu jetzt einfach oben rechts auf die Infokarte und schau sie dir an. Denn Lucky freut sich auf dich. Flex, sie soll den Chip erstmal tragen. Das ist eine richtig gute Idee, aber warum ich? Ah, alles gut. Kult ist auch in Ordnung. Das heißt, wir brauchen noch gar keine Angst haben, dass irgendwas mit Lucky passiert. Lucky, bist du bereit? Dann gib mir mal deine Pfote. Und? Drei. Lucky? Lucky? Was ist los? Ich verstehe nicht, seit wann macht er sowas? Ich glaube, er wird gesteuert vom Grinch. Was ist hier los, Lucky? Calvin, kann es sein, dass Lucky uns Gassi führt? Fragen wir ihn doch einfach. Was? Der Chip steuert dich? Freunde, wir müssen den Chip zerstören. Okay, Mensch, stopp! Lexi, Mann, was ist denn los? Der Chip ist doch dafür da, dass wir Iwoki befreien. Stimmt, oh mein Gott. Und du weißt nicht, vielleicht brauchen wir den Chip noch. Du hast recht. Und ich, Idiot, wollte ihn gerade zerstören? Noch nicht. Wir brauchen ihn noch, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gleich eine Idee. Zum Glück hast du mich gerade weggeschuckt und abgehalten, davon den Chip zu zerstören, Freunde. Eben. Was wäre passiert, wenn ich diesen Chip zerstört hätte? Schreibt es mal in die Kommentare. Richtig. Deshalb will ich ihn lieber erstmal behalten und schauen, was wir daraus ziehen können. Vielleicht irgendwelche Ideen oder Fakten. Du hast recht, auf jeden Fall eins ist sicher, Freunde. Wir machen ihn auf gar keinen Fall mehr an Lucky fest. Da stimme ich dir zu, Kamin. Nie wieder an Lucky. Aber Flexi, wie sollen wir jetzt Iwoki finden? Denk doch mal nach. Wenn er einen Chip hat und ferngesteuert ist, muss der Grinch irgendwo hier in der Nähe sein, um ihn fernzusteuern. Per Bluetooth, ich habe keine Ahnung wie. Stimmt. Funk. Funk. Die Reichweite des Funks, die kann ja nicht unendlich ewig sein. Ja, das heißt, er muss hier irgendwo sein und ihn gesteuert haben. Zumindest in der Nähe. Zumindest in der Nähe. Flexi, ich würde sagen, wir suchen den jetzt und dann machen wir den kaputt. Ja, suchen wir. Auf geht's. Lucky, schnell. Okay, Flexi. Wo sollen wir den Grinch jetzt finden? Ja, im Grinch. Ja, das weiß ich auch. Ja, glaubst du, wenn du ihn rufst, dann kommt er. Ja, vielleicht sehen wir ihn dann. Nee, dann geht er. Jetzt halt doch ruhig. Er wird gehen. Wenn er denkt, dass wir ihm nichts mehr zu tun haben, dann geht er. Ah, du hast recht. Gerade wenn er merkt, dass wir den Chip abgenommen haben. Ja, ich hoffe nicht, dass er das gemerkt hat. Das wäre eben fatal. Das wäre fatal. Hör auf, ihn zu rufen. Stimmt, dann lass uns ihn suchen, schnell. Ja, wir müssen ihn suchen. Wo kann er sein? Ich habe keine Ahnung, Flexi. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Er hat mich versowelt. Um, ich sehe dich. 1954. Was痛 ein? Oh, ich sehe dich ist das Glitch. Das war's für heute. Ah! Oh, 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 oh. Wo kann er sein? Keine Ahnung. Lass mal nach vorne lang gehen. Ah Flexi, was macht Lucky da? Ah Lucky, hör auf. Der Chip ist doch entfernt. Was ist denn falsch mit dir? K-Man, vielleicht sind es noch die Nachwirkungen vom Chip. Das kann echt sein Flexi. K-Man müssen weiter den Grinch suchen. Der muss hier irgendwo sein. Du hast recht. Vielleicht hat der eine Spur. Oder auch nicht. Du hast recht Flexi, komm wir folgen. Verdammt. Flexi, was macht Lucky da? Ich glaube der hat die Spur verloren. Das glaube ich auch. Was machen wir jetzt? Wir haben alles abgesucht. Das ganze Gebiet hier. Nirgendwo war der Grinch. Der ist bestimmt einfach abgehauen wieder. Wahrscheinlich, weil er uns gehört hat. Weil ich geschrien habe vorhin. Wahrscheinlich. Hab ich dir gesagt. Verdammt, du hattest wieder recht Flexi. Was sollen wir jetzt machen? Hauptquartier. Hauptquartier. Freunde, ihr kommt mit. Auf gehts. Jetzt sind wir wieder hier. Verdammt. Hä, wer schreibt hier? Warte, du hast recht. Unbekannt Flexi. Unbekannt? Ja. Irgendwo erkenne ich das. Verdammt. Setzen wir uns erstmal vor. Erstmal setz ich. Wir wissen was er schreibt. Und was schreibt unbekannt? Ja warte. Wer ist unbekannt? Was habt ihr getan? Was haben wir getan? Wer bist du? Er ist unbekannt. Wer bist du? Freunde, er schreibt, ich bin's, der Grinch. Hätten wir uns auch denken können, oder? Wo hat denn er unsere Nummer her? Das ist eine gute Frage. Egal, jeder hat unsere Nummer irgendwie. Ich versteh's auch nicht. Wir wissen jetzt, dass der Grinch schreibt zurück. Was haben wir getan? Was sollen wir getan haben? Zack. Ich weiß, was wir getan haben Flexi. Was denn? Wir haben den Chip entfernt natürlich. Mein Gott. Hier. Woher weiß denn der das? Fragen wir ihn gleich. Woher weißt du, dass wir den Chip entfernt haben? Er weiß alles. Ich weiß alles. Hä? Hast du einen Geschwätz? Ich sag dir eins. Der hat uns bestimmt beobachtet, wie wir es vermuten. Stimmt. Deswegen haben wir ihn auch gesucht. Ja, das macht Sinn. Aber was schreiben wir jetzt, Flexi? Es war ein Fehler, dass ihr den Chip entfernt habt. Schreib erst mal, warum. Ich will erst mal wissen, warum. Warum? Wir geben doch nicht unserem Hund Lucky so einen Chip. Weil ihr gegen die Spielregeln verstoßen habt. Haben wir das? Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Was? Sonst kriegen wir Aiwoki nicht mehr wieder? Und du weißt doch, unsere Community hat abgestimmt über 90% wollen, dass wir Aiwoki wieder zurückholen. Wir müssen seinen Spielregeln einfach folgen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Für den Anfang. Für den Anfang. Bis wir Aiwoki wieder haben. Und dann drehen wir den Spieß um. Auf jeden Fall. Der Spieß dreht sich. Flexi, dann schreiben wir ihm, dass wir uns den Spielregeln beugen, damit wir Aiwoki zurückkommen. Aber wir machen den Chip nicht mehr an Lucky ran. Ja, perfekt. Einen besseren Satz gibt's nicht, weil ich mach das nicht mehr. Und du? Ich mach auch nicht, auf gar keinen Fall. Freunde, wenn ihr auch unsere Meinung seid, dass wir den Chip nie mehr an Lucky ran machen sollen, dann geht jetzt einen Daumen hoch, abonniert uns, aktiviert die Glocke. Es ist kostenlos. Alles klar, ihr müsst den Chip nicht mehr an den Hund Lucky befestigen. Aber kommt jetzt vor eure Tür? Was? Wir sind doch im Hauptplatt hier. Wieso sollen wir vor unsere Tür kommen? Ich versteh's nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Vielleicht wieder eins an der Krankenspiele oder so. Hm. Ich hoff's nicht. Hä? Was? Weil ich vor eurer Tür stehe? Wie, der steht jetzt vor unserer Tür? Vom Hauptplatt hier? Ich glaub nicht, Flexi. Ach, war. Niemals, als ob er hierher kommt. Wir sind zu dritt. Wir zwei und Hund Lucky. Aber Flexi. Sollten wir mal nicht lieber nachschauen gehen? Natürlich schauen wir nach. Aber was wetten wir? Wir gehen hin und da ist nichts. Ja, das wird so sein. Ihr kommt mit. Deißer! Hinterher! Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.